Sie ist tot. Verstehen Sie? Das tut mir ja, wie gesagt, auch wirklich sehr leid. Aber ohne Reise-Rücktrittsversicherung. Schreiben Sie die Tickets um. Sie können eigentlich so einfach... Ich zahle auf die Gebühr. Papa glaub, wir können so weitermachen wie bisher. Alles ist so anders. Das war das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe. Du alte Hexe. Bist du Satanistin oder so? Naja, ich bin dann wieder Opfer. Ich auf dem Friedhof schon meine Katze. So, Frau Färber. Jetzt vor allem wichtig, wie Ihre Einstellung ist. Meine Einstellung zum Krebs ist feindselig. Das wird schon wieder, ne? Boah, jetzt ein Kaffee. Wusstest du, dass viele Leute in Afrika mit ihren Handys begraben werden? Falls man wieder erwartet, nach dem Tod noch erreichbar sein sollte. Bei da im Kino? Vielleicht. Ich soll mit dem Krebs reden? Hast du es überhaupt geliebt? Ob ich sie geliebt habe? Was hast du für ein Kekse? Du hast mir ein Auto geklaut. Wenn du willst, dann klaue ich dir die ganze Welt, Baby. Sie hat Schmerzen. Ich hatte auch schon richtig miese Phasen. Es geht vorbei. Wenn es eine Rektion gibt, habe ich sie gelernt. Das Leben ist wie Feuer. Es brennt und ist wärm. Das Leben ist hart, aber das nehme ich in Kauf. Das Leben ist wie Feuer. 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 Vielen Dank.